Hallo und herzlich willkommen zu unserem PV-Compass Online Tutorial. Ja, das ist das Startvideo zu einer ganzen Reihe von kleinen Videoclips, mit dem wir euch den PV-Compass 4.0 gerne näher bringen wollen und in diesem ersten Video zeige ich euch den Einstieg in den PV-Compass und die Startseite. Wir fangen mal an und zwar dazu gehen wir in den Browser auf www.pv-compass4.0.de. Das könnt ihr in jedem beliebigen Browser machen, wir empfehlen euch jedoch den Google Chrome oder den Microsoft Edge, den ganz aktuellen, damit funktioniert der PV-Compass 4.0 einfach am besten, das hat mit der Programmiersprache zu tun. Diese beiden sehr aktuellen Browser können damit halt sehr gut umgehen. Ja, wir landen hier auf der Startseite, hier geben wir einen Benutzer an, dazu sei gleich gesagt, wir können mehrere Benutzer anlegen im PV-Compass, dazu aber gibt es ein separates Video. Wir nehmen hier mal den Trainingsbenutzer, mit dem Klick auf Weiter kommen wir zur Passworteingabe. Ich habe das hier schon mal gespeichert bei mir im Browser, so werdet ihr das in Zukunft wahrscheinlich auch tun und mit dem Klick auf Weiter landen wir dann auf unserer Startseite. Der Kompass ist modular aufgebaut in verschiedenen Kacheln, ihr seht das gleich, das fällt ins Auge. Die meisten von euch haben sich den Kompass ja auch schon mal angeschaut, also das ist jetzt nicht mehr ganz so neu, was ihr hier gerade seht und wir gehen einfach mal ganz kurz durch, so ein bisschen zur Erklärung, was wir hier mit diesen einzelnen Kacheln für Themen verbinden, was sich dahinter verbirgt. Oben in der Startleiste auf der Startseite im Startvideo, schönes Wortspiel, fangen wir mal an mit Vorgängen, eine Vorgangshistorie, wenn wir dann ein bisschen weiter rechts gucken, gibt es einmal die nächste Liefertour immer. Wir haben ein Thema Zentralbestellung, wir haben dann die Möglichkeit ein Feedback zu hinterlassen, wir kommen in die Einstellungen an sich vom PV-Compass. Ihr seht auch dann oben rechts immer gleich in der Ecke, welche Version vom PV-Compass ihr einsetzt. In meinem Falle ein sogenannter Kompletter, das heißt, da fehlt nichts, da ist alles mit drin, von der Technik bis zum Bonus und 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 vollständig. Ja, die Kacheln, die ihr seht, sind, ja, ich sag mal statisch, je nachdem, was ihr für eine Version habt, können die sich jetzt auch so ein bisschen verändern. Also sprich, nicht ganz so aussehen wie bei mir hier in dem Demo, dass die eine oder andere nicht da ist. Davon lasst ihr euch aber bitte nicht abschrecken, sondern es geht halt hier ja nur generell darum, was möglich ist. Oben links fangen wir mal an mit dem Fahrzeug, die Fahrzeugsuche. Das ist natürlich ein bekanntes Eingabefeld von euch, die sogenannten KWA-Daten geben wir hier mal ein. Oder natürlich auch, wie es hier in dem Beispiel gezeigt ist, eine Textsuche, Golf 4 zum Beispiel. Und dann kann man weiter selektieren. Darunter ist dann Kunden. Wir haben die Möglichkeit, immer Kunden zu hinterlegen zu jedem Fahrzeug. Unten links landen wir dann in der PV-Welt. Ein Informationsmedium für euch, wo die Industrie euch ganz viele Videos, Clips zeigt. Und, 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 halt in dem Falle hier seht ihr eine HZ-Soda-Strahlpistole mit einem Video, wo man gleich ein bisschen reingucken kann und sagen kann, ah, was ist das überhaupt? Interessante Sache. Immer mal so ein paar Neuigkeiten entdecken. Ja, und dann ganz unten links ist unser Modul-Store. Dazu auch in anderen Videos mehr nochmal. Wir machen ein paar mehr Clips natürlich für euch zu jedem Thema ein Einzelnes, damit es nicht so lang wird. Im Modul-Store kann man dann unterschiedlichste Zusatzoptionen buchen in dem PV-Kompass 4.0, sodass ihr euch den, ich sag mal, auf eure Bedürfnisse noch ein bisschen anpassen könnt, wenn ihr mehr Input braucht. Zum Beispiel in dem Modul-Store enthalten zum Buchen die All-Data. Ja, der mittlere Bereich, Katalog, natürlich unser Herzstück. Die Artikelsuche. Artikelsuche, bitte gleich merken, ihr könntet auch Nummernsuche dazu sagen, ganz wichtig. Deshalb auch da unten drunter das Beispiel mit diesem OC47-Filter. Wenn ich jetzt auf Universalartikel klicke, da wünschen wir uns eher eine Textsuche. Deshalb auch das Beispiel Sicherung 10 Ampere. Die Fahrzeugteile-Suche, hier jetzt gerade noch ausgegraut, nicht aktiv, weil kein Fahrzeug gewählt ist. Im mittleren Bereich dann PV-Training. Dort könnt ihr euch unterschiedlichste Trainings buchen. Auch dazu, wie gesagt, zum fünften Mal glaube ich gerade, ein separates Videoclip nochmal für euch extra. Funktionen, PV-Training, Inhalte und, 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 um euch dieses Thema auch näher zu bringen. Und als letztes unten in der mittleren Reihe PV-Plus, unser Bonusprogramm, auch in verschiedensten Varianten. Wenn es dazu Fragen gibt, am besten über euren Außendienstkollegen gehen. Das ist nämlich ein sehr umfangreiches Thema. Da gehört das ein oder andere Wort extra mit dazu. Oben rechts in der Ecke, ich glaube, da bin ich gerade so ein bisschen im Weg. Ich verschwinde mal hier, sind unsere Angebote, die wir euch zeigen, unterschiedlich, wechselnd, je nach Thema und Saison. Aber trotzdem nicht weniger interessant, mal so ein Schnäppchen zu machen. Dann in der rechten Reihe weiter mein Konto. Da ist alles drin, was sich so rund um unsere Kundenbeziehungen, ich sage mal, dreht an der Stelle. Und diese kleinen Kacheln, nicht weniger wichtig, aber an dieser Stelle halt so ein bisschen kompakter gehalten. Zum Beispiel das Thema meinewerkstatt.de, was wiederum zum PV-Partner gehört. Hier in meinem Demo, also, zeige ich euch einen Kompass eines PV-Systemkundens, der ein Werkstattsystem von uns hat. Dazu gehört nachher auch wie noch Autofit oder Autoprofi. Die haben dann nochmal ihre eigenen Kacheln. Die Entsorgungskachel ist immer mit dabei. Das kennt ihr das Thema über PartsLive. Da schicken wir euch einfach auf die Internetseite von PartsLive. Ganz rechts der Räder- und Reifenkonfigurator. Der PV Automotive Unicat noch mit bei und die Anmeldung zum PV-Newsletter. Der Automotive Unicat und Universalartikel hier oben sind inhaltlich das gleiche vom Thema her, aber optisch anders aufbereitet. Auch dazu gibt es an anderer Stelle noch ein bisschen mehr. Ich sage an der Stelle schon mal Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem anderen Video.